Yoga Nidra Willkommen zu Yoga Nidra. Richte dich in Shavasana oder in einem bequemen Sitz ein. Nimm alle Unregelmäßigkeiten im Körper wahr und gleiche sie aus, soweit das möglich ist. Der Körper liegt gern symmetrisch. Das hilft ihm, sich zu entspannen. Sorge dafür, dass dein Körper sich bequem, warm und geborgen fühlt. Nimm dir alle Hilfsmittel, die du dafür brauchst. Decken, Kissen, Polster. Richte dich bequem und entspannt auf deine Unterlage ein. Bei den nächsten drei Atemzügen atme mit einem Seufzer aus. Lass los. Lass los. Lass alle Spannung aus deinem Körper entweichen. Nimm deinen ganzen Körper wahr. Lass ihn in den Boden sinken. Werde still. Wenn du das Bedürfnis hast, dich zu bewegen, nimm den Wunsch wahr. Warte ab, ob er bestehen bleibt oder von selbst wieder geht. Du übst jetzt Yoga Nidra. Yoga Nidra ist Entspannung bei aktivem Bewusstsein. Du brauchst nichts zu tun. Es gibt keine Probleme zu lösen, keine Fragen zu beantworten. Folge meinen Anleitungen, ohne dir viele Gedanken über sie zu machen. Zu Beginn des Yoga Nidra wiederhole dreimal still für dich deinen Sankalpa, deinen Herzenswunsch. Wenn du kein eigenes Sankalpa hast, probiere es mit, ich bin bei jedem Atemzug ruhig und aufmerksam. Ich bin bei jedem Atemzug ruhig und aufmerksam. Ich bin bei jedem Atemzug ruhig und aufmerksam. Lass deine Aufmerksamkeit durch den Körper kreisen. Wenn ich einen Körperteil nenne, lenke deine Aufmerksamkeit auf diesen Körperteil, vielleicht so als ob ein Lichtpunkt auf ihm erscheint. Dann gehe zum nächsten Körperteil. Beginne auf der rechten Seite. Bring deine Aufmerksamkeit zum rechten Daumen. Zeigefinger Mittelfinger Ringfinger Kleiner Finger Handinnenfläche Handinnenfläche Handrücken Handgelenk Unterarm Unterarm Ellenbogen Oberarm Schulter Achselhöhle Rechte Seite Rechte Seite Teile Hüfte Hüfte Oberschenkel Oberschenkel Kniescheibe Kniekehle Kniekehle Schienbein Wade Fußknöchel Fußknöchel Rechte Ferse Rechter Spann Fußsohle Großer Zeh Zweiter Zeh Dritter Zeh Vierter Zeh Vierter Zeh Kleiner Zeh Die ganze rechte Seite Bring die Aufmerksamkeit zur linken Seite Linker Daumen Zeigefinger Mittelfinger Ringfinger Ringfinger Kleiner Finger Handfläche Handrücken Handgelenk Unterarm Ellenbogen Oberarm Schulter Achselhöhle Linke Seite Linke Seite Taille Hüfte Oberschenkel Kniescheibe Kniekehle Schienbein Kniekehle Schienbein Wade Wade Linker Knöchel Ferse Ferse Spann Fußsohle Linke Waden 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 Kniekehlen Oberschenkel Waden Die ganze Die ganze Rückseite Waden 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 Kinn Hals Waden 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 Zwerchfell mittlerer Bauch, unterer Bauch, rechte Leiste, linke Leiste, rechter Oberschenkel, linker Oberschenkel, rechtes Knie, linkes Knie, rechtes Schienbein, linkes Schienbein. Die ganze Vorderseite deines Körpers. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinem rechten Arm, zum linken Arm, zum rechten Bein, zum linken Bein, zur ganzen rechten Seite des Körpers, zur ganzen linken Seite des Körpers. Werde dir deines ganzen Körpers bewusst. Der ganze Körper, der ganze Körper. Stell dir vor, der Körper ist ganz schwer. Der Körper sinkt tief in die Unterlage hinein, als ob er einen Abdruck auf ihr macht. Der ganze Körper ist schwer. Löse dich von dieser Vorstellung. Stell dir vor, dein ganzer Körper ist leicht. So leicht, als ob er sich beinahe von der Unterlage abhebt. Der ganze Körper ist leicht, wie eine Feder. Wechsle von der einen zur anderen Idee. Mit der Einatmung lass deinen ganzen Körper leicht werden. Mit der Ausatmung lass ihn schwer in die Unterlage sinken. Einatmung, Körper wird leicht. Ausatmung, Körper wird schwer. Löse dich von dieser Vorstellung. Bring die Aufmerksamkeit zum Atem. Spüre, wie dein Atem durch deinen Körper fließt. Nimm wahr, wie der Atem verschiedene Körperteile berührt. Zähle die nächsten 15 Atemzüge. Beginne mit 15, zähle abwärts. Zähle abwärts. Zähle abwärts. Zähle abwärts. svensch. Zähle abwärts. Zähle abwärts. Summe neu מד ск threaten. Vielen Dank. Vielen Dank. Komme zurück zu deinem Sankalpa. Wenn du ein eigenes hast, sag es dir dreimal still vor. Wenn du noch keines gefunden hast, probiere es wieder mit. Ich bin bei jedem Atemzug ruhig und aufmerksam. Bereite dich darauf vor, Yoga Nidra zu beenden. Bewege deine Finger. Bewege deine Zehen. Bewege deine Hände und deine Füße. Lass die Bewegungen und den Atem größer werden. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um dich wieder aufzuwecken. Rolle dich auf einer Seite zusammen. Und wenn du bereit bist, komme zurück zum Sitzen. Und öffne die Augen. Yoga Nidra ist beendet. Harion Tat Sat.